Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Ich habe bei 1021 Euro angefangen, nun bin ich nach 9 Tagen bei 1686,53 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 665,53 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn von 73,95 Euro. Meine Staffelungen sind 25,63, 158 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige und sehr wichtige News in Yen, Australisch Dollar, der Eurozone, Schweizer Franken, ein drittes Pfund, im Kanadisch Dollar und im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien in MetaTrader 5. Ich drehe das 60 Sekunden. Startrate beträgt 25 Euro. Aktuell sind keine wichtigen Nachrichten. Ich hoffe, dass ich um diese Zeit noch schnell einen Trade finde. Diese Zeit ist der Markt meist schon ruhig. Out US-Dollar steige ich ein. Und nochmal. Aktuell ist der erste im Putt und der zweite im Gewinn. ½ 1 5 8 7 20 10 15 20 200 Der erste ist dem Gewinn. Ich nutze insgesamt sieben Indikatoren, drei Standardindikatoren und sieben Indikatoren sind meine eigenen. Sollte dieser Trade rausgehen, gehe ich nochmal rein. Ich bin jetzt nochmal rein, aber ich habe auch den zweiten Trade gewonnen. Der dritte Trade ist aktuell deutlich im Gewinn und der sinkt noch weiter. Und dann geht's noch weiter. Und dann geht's noch weiter. Von der Fuhr, das heißt ich habe heute einen satten Gewinn gemacht von 184,50 Euro, wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich bei mir melden, es gibt ein Sonderangebot mit bis zu 849 Euro Rabatt, acht Plätze sind aktuell schon weg, bis zum nächsten Mal, bye bye.